Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Jo, ich hätte jetzt eine kleine persönliche Frage an euch. Wie versteht ihr euch mit euren Nachbarn? Kommt ihr mit ihnen gut aus? Oder neutral? Oder gar nicht? Hach, im Grunde ist es nicht wichtig, dass man sich mit seiner Nachbarschaft sehr gut versteht, weil es könnte ja mal zu einem Notfall kommen und dann ist keiner mehr da, ne? Hm. Ja, meine Lieben, ich freue mich auf Antworten und wir sehen uns wieder, ja? Bis dann, tschüss. Tschüss.